Musik Mitten in Bremen steht es, das Stammhaus von Jakobs Café. Hier in der Obernstraße 20 etablierte Johann Jakobs sein 1895 gegründetes Caféunternehmen. Und mit dem neuen Johann Jakobs Haus ist ein Stück Geschichte an ihren Ursprung zurückgekehrt und bereichert die Bremer Innenstadt auch als architektonisches Highlight. Auf fünf Stockwerken erwartet Besucher eine Erlebniswelt rund um das Thema Café. Seinen Ursprung, Produktion, die Zubereitung und den Genuss. Den Eingang bildet der Heritage Store, eine Hommage an das ehemalige kleine Jakobs Ladengeschäft. Hier bereiten und servieren fachkundige Baristi vor den Augen ihrer Gäste traditionelle und moderne Kaffeegetränke zu. Besucher können hier besondere Specialty-Coffee-Geschmacksprofile verköstigen und auch Barista-Zubehör für den heimischen Genuss erwerben. In der stammhauseigenen Rösterei können Besucher live die hohe Kunst des Kaffee-Röstens erleben. In der Jakobs Café Akademie können verschiedene Barista-Korse gebucht und besucht werden. Für Hobbybaristas oder für gastronomische Zwecke. Werden Sie Espresso- oder Filterkaffee-Profi, kreieren Sie eigene Latteart oder lernen Sie alles über die Sensorik des Kaffees. Im großen Tagungs- und Eventbereich können Privat- und Geschäftskunden Veranstaltungen in einzigartigem Ambiente erleben. Inklusive eines atemberaubenden Blicks über Deutschlands Café-Hauptstadt Bremen. Das Johann Jakobshaus in der Bremer Obernstraße, ein Ort, der Café in all seinen Facetten erlebbar macht. Besuchen Sie uns. Das ist unser Schilder. Es ist unser Schilder. Bis zum nächsten Mal. Los. 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 Los.